Oh 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 oh! Das ist unbedingt! OHHHHH! Jo meine Karte und willkommen zu einer Folge Linksfährt! Rocket League mit dem D-D-D-Dominik! Wir haben uns etwas überlegt! Und zwar haben wir vor... Dadurch, dass jetzt die neue Season angefangen hat, haben wir vor... Oh lol! Achso, ich dachte hier rein. Haben wir vor, einmal uns hoch zu ranken und ein Road to... Ah fuck! Ein Road to eben erstmal Diamant und später dann vielleicht sogar Champion zu machen. Aber das steht noch in den Sternen. Ob wir überhaupt Diamant erst bekommen. Ja, ich hoffe, dass wir Diamant erstmal hinkriegen. Wenn wir das hinkriegen, wäre das schon übel nice. Oh ho ha ha! Oh mein Gott ey! Dadurch halt, dass die neue Season... Ah scheiße! Dadurch, dass die neue Season halt auch angefangen hat und wir wieder unranked sind, habe ich mir gedacht... Oder haben wir uns gedacht... So ey! Das bietet sich gerade echt an! Warum nicht? Ich bin jetzt gerade in meinem siebten Ranking Match glaube ich. Dominik ist in seinem dritten jetzt. Jo! Genau! Und mal gucken wo wir... Bitte was? Bitte gib dir mal das Profilbild von einem Typen, der kein Tor hat. Woher hat er das Bild von dir? Das... Weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Ah, schade. Kommunikation Dominik! Kommunikation! Kommunikation! Übernicht! Ah! Ja, heute mal wieder mit sexy Glasses! Deine! Ich war heute beim... Ich war heute beim Optiker übrigens und hab mal geguckt, ob ich vielleicht was finde gegen diese... Probleme, die ich mit den Kontaktlinsen habe! Ach, schade! Center! 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 Ich weiß. Aber sah ganz gut aus. Egal. 1. 1. 0. Dreieinhalb Minuten noch. Schaffen wir auf jeden Fall. Das sollten wir schaffen. Hast du aber wieder zwei Experten. Gerade eben haben wir gegen Semipro für Profi gespielt, jetzt Experte. Ja, also... Aber wir wissen ja alle, das hat nicht so viel auszusagen. Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh! Ich hätte fast ein Eigentor gemacht. Ich hoffe, das hat keiner gesehen. Ja, gut. Danke dir. Ich glaube, ich hätte nämlich irgendwie nur in unsere Richtung geschossen. Der geht nicht. Achtung, der geht drüber, der geht drüber. Ja, ja. So, dann nehmen wir der Ball weg. Dann nehmen wir den Boost nicht mit. Wir müssen den Ball vielleicht jetzt einmal nach vorne kriegen, dann... Ach, Digga. Der war er gerade vorne. Ich weiß nicht mehr. Ganz, ganz kurz. Achtung, kommt aufs... Oh mein Gott. Hast du den? Jawohl. Sehr schön. So. So, dann müsst ihr jetzt irgendwie in einer ganz guten Position kommen. Den hast... Achso, der geht drüber. Okay. Oh, sorry. Ich würde nur den Boost haben. Haha. Schau dir den Boost. Gönn dir den Boost. Jetzt! Achtung! Ah! Schau dich falsch zu. Und hab ich wieder verkackt. Lass momentan nichts bei mir. Ja, irgendwie nicht so, ne? Aber lass mich raten. Es laggt, ne? Ja, ja. Es laggt auf jeden Fall. Sehr schön. Auch wenn das jetzt ne Glanzparade war, auf jeden Fall. Aber okay. Nimm ich. Und drüber... Ah, er ist schon gesprungen. Ich hatte ihn eigentlich drüber gespielt, aber wir kommen wahrscheinlich damit, der nicht gewollt, dass ich stehen drüber spiele. Gut. Die sind aber gut in der Defense und das eine Tor könnte vielleicht hier heute schon entscheidend sein. An diesem Tage. Ja, aber ich glaube, die kriegen wir noch recht. Auf jeden Fall mal. Sind wir beide geflogen, Digga? Ich weiß. Das war's dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Hau rein. Wir packen das noch, hallo? Aber ist ja auch völlig egal. Ich glaube, das ist voll. Och, Mann! Ich hab immer so'n Pech, Mann. Ah! 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 Ich geh den Ball! Ich geh den Ball! Das gibt es nicht! Ich glaub, ich dreh am Zahnrad. Klick unten. Interessant, was jeder tut. Ja, hast du ein Problem mit meiner Spielweise? Och, Mann! Alter! Jedes Mal macht er den Rückmützer und trifft den Ball! Und ich verkacke! Hat keiner gesehen, hoffentlich! Nein! Hat keiner gesehen! Vielleicht sollten wir erstmal irgendwie Road to Silver machen, bevor wir uns Road to Diamond vornehmen, ja? So wie wir gerade spielen! Wäre auch nicht so vorteilhaft! Fuck! Ist mir zu weit! Ja, ich hätte früher springen müssen, dann hätte ich eigentlich schon absehen können, dass du den Ball hochspielst! Fuck! Ach Leute! Vielen Dank! Kannst du kommen! Aber die sind einfach besser als wir gerade! Die sind ein bisschen koordinierter! Das sind Franzosen! Eigentlich hätten sie schon längst aufgeben müssen! Ja! Haha! Spielen wir doch mal die letzten 20 Sekunden runter! Und noch runter für die... Loll! Gut! Jetzt habe ich auch keine Lust mehr! Weil Dominik ein schlechter Torwart ist! Nee! Auf jeden Fall! Dann sehen wir uns gleich in der nächsten... Rrrr! Dann sehen wir uns gleich in der nächsten Rrrrrunde! So! Da sind wir wieder! Wir spielen gegen Schlitzi und mir fielen nichts ein! Wow! Und ja, letzte Runde haben wir ja verloren! Wir sind jetzt am achten und vierten Ranking Match! Also ein Rank Match! Und hoffen wir mal, dass wir diese Runde ein bisschen besser abschneiden werden als eben! Diesmal spielen wir wieder... Na, die haben beide ihre... Ihre Profile da privat gemacht! Ihre Ränge! Was ich immer ein bisschen schade finde! Weil ich finde, man kann ja schon stolz darauf sein, was man hat! Weißt du? Also, was man geschafft hat! Wenn man Rocketeer ist und dann richtig kacke spielt, ist das natürlich schon ein bisschen peinlich! Dann ist das peinlich! Und ich kenne einige, die haben sich Rocketeer cheatet! Ja! Kenn ich auch! Ach mann! Ich dribble hier wie so ein Hurensohn! Oh! Er dribble! Er dribble! Aber ich bin mal wieder nicht richtig gescheit! Digga, was mache ich denn? Ich booste nach vorne statt nach oben! Alter Schwede! Was ist denn heute wieder los hier? Oh! Alles easy! Alles easy! Alles easy! Alles easy! Ah! Uganda! Schöööööön Dominik! Ach man, ich dachte der eine an der andere Der andere trifft den Ball You did it, ich bin im Tor, kannst du was tun? Er will nicht, er will nicht, ich hab ihn Aber das ist ein schöner Center Oh ja, oh ja, oh ja Oh ja, oh nein Man, das gibt es nicht Den Nachschuss hat er auch geholt Den auch noch Was ist denn da los, ey? Nein, ich bin daneben gesprungen Digga, die spielen so schlecht, die Gegner GZ Danke Oh, ich dachte der spielt den Ball schneller, man Fuck Ich würde den extra noch irgendwie holen, aber Digga, wir spielen gerade so Cancer Aber dafür ist diese Serie ja da Dass wir auch besser werden und dazulernen So, da sind wir wieder Back am Start So Okay, gut, den wollte ich eigentlich nach vorne dribbeln Aber Ja, so ist glaube ich ein bisschen Habe ihn Easy, sehr schön Ja, er ist rausgekommen Warum auch immer er auf dich gegangen ist Oder wollte er dir den Boost klauen Warte mal, das muss ich mir nochmal angucken Ich glaube, er wollte dir ganz schnell den Boost klauen Ja Habe ich Links fährt Ich mag die Regel nicht Aber links ist so links Oh Interessant, was ihr da alles Ja, ich hatte drei Boost Ach man Das ist fast ein Dropshot Dropshot ist ganz cool Und der Modi ist auch geil Oh, schön Der Modi Ja, ich finde den aber so ein bisschen Also im 2 gegen 2 fände ich den besser Mir ist dieses 3 gegen 3 immer so ein bisschen zu wuselig Weißt du Noch mal dagegen Ja, ich muss ihn zurückspielen Ja gut, die Map ist aber auch riesig Also das macht schon irgendwo Sinn, dass es 3 gegen 3 ist Tschö Oh, doch nicht Du hoch Du hoch Du ugly cunt Mein Gott Ja Ah, fick dich Kann mich wieder nicht 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 Rechtzeitig an Ja, er ist halt ein Schlitzy, ne Schlitzauge Ich glaube er auch Hashtag no racism Ah, schade Okay Den hat Schlitzy gut gekriegt Schlitzy hat den Ball weggeschlitzt Digga, dann wäre der Ball jetzt aber platt geschlitzt, ne Ja, dann wäre er jetzt auf jeden Fall platt Digga, die Sprüche sind so schlecht, ne Auf jeden Fall Nein Warte Ich habe noch ein bisschen hier Die Leute weg Ja, ich hatte keinen Boost So, einmal kurz den Boost holen Aber wäre geil, wenn wir die zweite Runde auf jeden Fall holen Ja, wäre ich sowas von proud Steiner Sehr schön Ah, Wichser Jetzt habe ich keinen Boost geklaut Schön Nicht so schön Ich habe keinen Boost Jetzt habe ich welchen Okay Ach, wie springe ich denn, Digga Wie der letzte Volllappen Ich bin auch am Anfang, ich bin hochgesprungen Aber dann habe ich mir dann noch anders überlegt Ja, und dann bin ich einfach wie so ein Hundesohn durch die Gegend geflogen Steiner, oder? Ja, da, wow Wow Ja, ich Das war klar Keine Frage Alter, was war's? Wie der Affe war geleckt in der Luft, ey Mega der Abpack Den hättest du nicht nochmal getroffen, dann hätte ich den gehabt Ah Hat er Ja, ja, leider Oh, oh Alter, leck, 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 leck Nö, hier leckt keiner Also zumindest bei mir nicht Beim Sprung ging es auch wieder fit Als ich weiter weg war Der Ball ist vorne Dann ist gut Ja, auch schöner Center eigentlich, aber Ja, wer war wieder nicht da, richtig, der Dominik Oh, oh Jetzt in den 20 Sekunden noch ein Tor zu kassieren, wäre echt doof Wäre echt bitter, ja Oh, lol Hab ihn, hab ihn, hab ihn Sehr schön, sehr schön Sollte aber drin sein, auf jeden Fall das Spiel Ja Ja Schön Easy In diesem Sinne, meine Freunde, wenn euch die Folge gefallen hat und wenn ihr Bock auf diese Serie habt, lasst doch mal bitte einen Daumen nach oben da, damit ich weiß, ob ich die Folge nächstes Mal anders nennen darf Und dann nennen wir es einfach wieder Spiel mit Dominik statt Road to Diamond Genau In diesem Sinne, haut da rein, guckt bei Dominik vorbei Und ja, tschüss, tschau, tschau Und ja, tschüss, tschüss. Und ja, tschüss, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.